Es geht bei der Justine darum, dass sie eigentlich von einer tollen Familie stammt und die Familie verarmt und sie daher sich dann diesem Leben als Spielzeug hingeben muss. Eine Situation so strühe, dass alles die sie können zu tun, der die Schmerzen, die für die Schmerzen, der sich zufrieden, zu der Schmerzen, zu einem Schmerzen, die sie in der Schule sind, und sie erinnern, was er zu sein, die die Schmerzen, die zu ihr, auf den Wegst du Leben, die sie in der Schule waren, Wir haben gestern ja behandelt Das sind die sozialen Kommunikationen von Mimon Paraka Und heute geht es um sein letztes selbstgemachtes Video Wie viele andere auch von einem Freund aufgenommen Und da ist die große Frage Es ist fast anzunehmen, dass dieser Freund, der das Video aufgenommen hat Den man dann am Schluss auch sieht Wie er das Gerät abdreht Das könnte sich da um den Toni aus Mariendorf, Berlin handeln Und dieser Toni hat ja auch mal im Massengeschmacks-TV Ein übereinstündiges Video gegeben Das hängt damit zusammen Da hat der Mimon erklärt Das war nicht gegen ihn gerichtet von Seiten Tonis Sondern es ist so, dass offenbar Toni in Gefahr lief Im Beruf geleakt zu werden Als Freund und Kumpel von Mimon Paraka Also dass er einfach quasi irgendwelche komischen Internetgeschichten macht Und wenn eine Firma davon erfährt Dass ein Mitarbeiter irgendwelche komischen Internetgeschichten macht Dann ist es vorbei mit der Firma und dem Mitarbeiter Und da ist jetzt mein Appell hinaus Bittend, flehend Ob denn wirklich jemand was weiß Über den Verbleib von Mimon Über leider Und das hat er selber mitverursacht Sein Sterbejahr 22 oder 23 Ob da jemand was weiß Wie erreicht man diesen Freund Toni Toni ist rehabilitiert Das hat Mimon gesagt Das hat so oft